so freunde halli hallo und herzlich willkommen zurück zu battlefield 1 wir zocken feurschaft sind auf monte grappa unterwegs und es ist die völlig falsche waffe für diese map ist die völlig falsche waffe aber vielleicht können wir aufs dach gehen einfach mal ein bisschen campen ich weiß nicht meinst von euch hassen ist ich liebe es und deswegen tun wir das auch jetzt müssen wir nur hier hochkommen das ist jetzt hier wie eine kunst ich mal was hinstellen auch noch mal was her machen so schon sagen wer ist getroffen würde ich sagen oder ist jemand hochgekommen die wissen natürlich dass wir jetzt hier oben sind was die sache nicht einfacher macht oh schönes ding schönes ding das sind jetzt meine homies noch kommt keiner hoch ja okay die haben aber die holen sich ja das können wir natürlich nicht zulassen weiß ich eine rauch kann eine brandgranate wäre extrem nice dafür snipern die sniper nicht weiß ich das tod okay die gemacht ich sehe nix schön magu es ist unglaublich dass noch alle dinger da sind jetzt finde ich voll lustig man was ist denn jetzt schon wieder hier für ein fehler ist noch jemand aber voll verfehlt man wie geht das denn da war noch gerade noch so viele die trompeten ich wollte gern losgucken das wäre jetzt echt geil gewesen brauche munition der gas kommunikation leuchtsignal hilfe nice oh hier scheinen auch viele zu sein komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon wir werden die wunde auf ihn verlieren ich muss eh gleich runter gehen weil ich wieder halbweilig munition und was weiß ich was alles braucht das sind jetzt bei arvina okay das nehmen wir aber gerade ein ich hoffe dass da hinten links keiner hoch geht das wäre nämlich voll kacke da kämpfen sie mich auch sehr gerne wie zum beispiel da ganz hinten jetzt gerade glaube ich gleich tot und wir sind am fenster drin wahrscheinlich richtig aufpassen egal bleibt sie bitte mal liegen einfach ich liebe es wenn der einfach aufsteht ich liebe es 21 61 50 geht besser wir brauchen ein bisschen heilung vielleicht kommt da jemand hoch mal gucken mit napalm man die snipen überall ich glaube die sind jetzt hinten bei b auch und snipen auch kommt jemand hoch ne oder nur heil dich doch digga mann ganz ehrlich da brauchst du lang um zu heilen gehen in dem a wieder weg ich getroffen digga sorry komm schon eine granate wäre extrem nice so ein schuss scheiße was hat der für eine waffe bei hier kommt hat er seine waffe verloren nein schade wir müssen runter wir müssen runter wir haben nichts mehr leider runter die gar nicht einmal getroffen es ist so unglaublich natürlich mit 13 leben natürlich schrot was denn sonst warum denn nicht warum denn nicht die da mal diese schrot profis sergargo man sollte echt versuchen die lieber no scope zu holen aus der entfernung es wäre glaube ich deutlich besser ob dauer wenn man das ein bisschen drinnen hat so glaube ich eine bessere variante ach ja die gasgranate kommt ja durch wände ich freue mich so ich liebe es wenn gasgranaten durch wände gehen ich liebe es so und dies kommt nicht mehr annähernd nicht mal annähernd mit ihren kleinen erbsen auf die idee sowas zu patchen die kommen einfach nicht auf sowas weil sie zu blöd sind dafür logisches denken damit haben sie es ja nicht so schuss hat natürlich gesessen aber natürlich vielleicht geht er noch drauf oder irgendjemand vielleicht mal gucken killhilfe ohne leuchtsignal ok wir kriegen zumindest schon mal punkte wahrscheinlich sind hier welche deswegen versteckt er sich hier komm 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 schnell wir schaffen es wir haben es wir haben es kann euch gar nicht sagen leute wie sehr ich gasgranaten liebe in dem spiel wie logisch diese gasgranaten aus sind ich finde es so geil 12-3 naja gute runde würde ich sagen gute runde 4er kd passt war zwar camping mit drin aber naja wer macht es nicht gibt genug leute ganz ehrlich warum soll ich immer derjenige sein der brav spielt und das spiel so spielt wie man spielen sollte ich spiel keinen panzer ich spiel kein pferd und ich campe selten also warum nicht einmal warum darf ich nicht einmal campen so besser spieler nice battlepack komm leck mich ok leute ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe euch hat das ganze gefallen wenn es euch gefallen hat lasst doch bitte einen daumen nach oben da würde mich auf jemals sehr freuen und dann hoffe ich ja wir sehen uns auch wieder in der nächsten folge schaltet bitte da wieder ein bis dann leute haut rein sch quit h h h h Vielen Dank.